Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Und wie habt ihr so geschlafen? Ich, naja, immer aufgewacht. Die Blase hat gedrückt. Ist aber schönes Wetter. Und mein Schatzi ist auch schon wach. Was macht ihr heute so? Schreibt mir mal eine Kommi. Da rein. Was ihr heute so macht oder wie es euch so geht. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr es jetzt tun. Da unten rechts draufklicken und dann noch daneben die kleine Glocke abgewirren. So verpasst ihr nichts von mir. Und seid dann immer auf dem neuesten Stand, wenn ich was hochlade. Na, ihr Lieben. Ich hab heute nur scheiße geträumt. Auf gut Deutsch. Ein Albtraum nach den nächsten gehabt. War nicht so angenehm. Ja. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss. 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 Tschüss.